Jimtrails in Noch gar nicht auf, bitte Korrekt, alle drei Schlick, slick, slick Slick, slick, slick Slick, slick, slick Schaffe, wehgetan Was hast du? Da hinten auch voll unnormal Einmal so so ein Streifen Und dann ist da wie abgeschnitten der Himmel So, we''re zu wenigstens Entspannende Ich werde und auch In der Abfangen Die Stören Nicht Schreiber Schreiber Schroeven Schreiber Echt? Ich mach's jetzt! Komm her! Fanta, hey, komm her! Das ist nicht der Fall, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Und später. Servus, so vom Vieh aus möchten, dass das klar geht. Was klar geht, dass der Gebet. Geil, ne? Geil, ne? Genau. An diesen Dingen festhalten, wie der sichert wird. Das ist nämlich da schon voll auseinander. Jetzt ist der schon richtig auseinander gegangen. Ist auch schon wieder ein neuer daneben. Der neue gehört nicht dazu. Ach, der wird ja gerade gemacht. Und jetzt die Das ist schief, wie die nicht zuhör. Das ist ja noch ein bisschen zuhör. Das ist ja noch ein bisschen zuhör. Das ist ja noch ein bisschen zuhör. Das war's für heute. Weißt du was wir mal hätten mit ihm sollen, so esse ich ja natürlich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und da ist schon dieser Schluck. Das war's für heute. Was man echt deutlich sehen kann heute, ist, dass der wandert. Der bleibt nicht an einer Stelle. Aber hier hat der Wissen wirklich schon verpeilt. Hier. Das sieht aus wie eine Flugschau. Das war's für heute. Auch interessant ist, dass der gewandert ist. Der war vorher links neben dem Gebäude. Und guck mal jetzt ist der rechts neben dem Gebäude. Also, während ich den gefilmt hab, ist der immer weiter nach rechts rüber. Normalerweise waren die doch immer vom Wind unbetroffen. Die Wolken sind gezogen, aber die nicht. Und jetzt ziehen die Chancels auch. Und jetzt ziehen die Chancels an. 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 Und wir sehen die nach oben. Und jetzt meeting papel. Also